Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung TV Berlin Spezial und Spezial ist natürlich auch unser Thema, denn das Schloss ist bald fertig. Am liebsten hätte ich ja gesagt, jetzt der Flughafen und das Schloss sind bald fertig, aber das Schloss wird fertig, fast in einem Jahr und dann gibt es eine große Feier und der Mann, der die Idee zum Schloss hatte, als junger Schüler, der ist heute bei mir, Wilhelm von Budin. Herzlich willkommen. Sie müssen das nochmal erzählen, Sie waren ja schon einige Male hier, das erste Mal, glaube ich, vor 15 Jahren, da stand dann nur eine Attrappe und jetzt ist das Schloss bald fertig. Was empfinden Sie denn so, wenn Sie dann denken, wie Sie als Schüler auf Schülerfahrt aus Hamburg vor diesem Platz standen? Also ich kann das relativ einfach sagen. Ich war ja zur Zeit des Mauerbaus im Oktober 61 in Berlin, als ich den leeren Platz das erste Mal sah, mit der Tribüne noch. Und ich war einfach nur entsetzt über diese Kulturbarbarei, die da geschehen war und bin sehr traurig nach Hause gefahren. Dann hatte ich zu Hause bei Hamburg. Nach Hamburg, ja. Und dann hatte ich 28 Jahre Zeit, mich mit dem Schloss gedanklich auseinanderzusetzen. Und dann fiel die Mauer. Denn früher war ja baulich überhaupt nichts nachzudenken, weil ja dies das Zentrum der DDR war. Und als die Mauer aufging, holten sich unsere Kinder den Autoschlüssel und sausten nach Berlin für 36 Stunden und kamen strahlend wieder zurück. Und da habe ich gesagt, Gott, eine Generation. Ich fast geheult. 61 wegen dieser zerrissenen Stadt. Und jetzt alles wieder offen. Und dann kam eben auch die Möglichkeit, den Platz zu bespielen. Was Sie seit Ihrer Schülerzeit wollten. Ja. Und das war dann, da war ich, mit dem Mauerfall war ich 49. Und wir waren 52, als wir die Schlossertrappe hinstellten. Ich war 60, als der Bundestag seine Grundsatzentscheidung traf. Ich war 71, als die Grundsteinlegung war. Und jetzt bin ich 77. Also das Schloss hat mich mein ganzes Leben lang gefesselt. Und nächstes Jahr ist Eröffnung. Es ist Ende dieses Jahres schon Eröffnung. Und es wird beginnen mit einem allerdings wohl Teilöffentlichen, weil dann die ganzen Moderationen nur kommen. Feier des 250. Geburtstags von Alexander von Humboldt am 14. September. Das steht ziemlich fest, dass das dort stattfindet. Südamerika würde ja auch Kopf stehen, wenn wir bei der Bewunderung für Humboldt, die die da haben, dieses Fest in einem großen Berliner Hotel feiern würden. Weil es keine Räume gibt im Humboldt-Forum, in dem wir das machen können, wo das doch nach ihm heißen soll. Aber was ist denn das jetzt für ein Gefühl? Sie kriegen das rechtzeitig fertig. Das ist ja schon eine Sensation für Berlin. Wirklich nicht. Im Gegensatz zu anderen Vorhaben. Wir hatten mit Manfred Rettig einen Profi, der die Bauplanung und Bauleitung damals hatte. Bitte nachschauen, wenn ich das sagen darf, auf YouTube. Manfred Rettig war hier vor ein paar Wochen und da haben wir nämlich über diese ganze Zeit gesprochen. Das war quasi der Baumeister. Genau. Er war ja der Umzugsbeauftragte für den Regierungsumzug von Bonn nach Berlin und ist ein Profi. Und wir haben dreieinhalb Jahre lang geplant. Und im Jahr 2011, also ein Jahr vor den Erdarbeiten, musste dann beim Haushaltsausschuss die Gelderbewilligung eingereicht werden. Und dann hat er den erstaunten Museumsdirektoren gesagt, die ja dreieinhalb Jahre lang mitgeplant hatten und begeistert waren von der Grundplanung. Meine Herren, Sie müssen wissen, im Jahr 2019 bekommen Sie, was Sie heute bestellt haben. Änderungsanträge nehmen wir nicht mehr an. Dann bleiben wir im Budget. Anders als beim Flughafen, wo Änderungsanträge ständig kamen. 354 Änderungsanträge sind das Desaster des Flughafens gewesen. Und aus dem Flughafen, der ein Flughafen mit Einkaufsmöglichkeit war, ist ja eine Einkaufsmall mit Abflugmöglichkeit geworden. Und das kann nicht funktionieren. Aber wir wollen den Flughafen mal sein lassen. Also Sie haben keinen einzigen Änderungsantrag zugelassen. Von Beginn an nicht. Also ich hatte da nichts zu sagen. Das war die Bauleitung. Und das ist tatsächlich so geringfügig vielleicht. Aber es sind keine Änderungsanträge eingebaut worden, die zu Verzögerungen im Bauablauf geführt hätten. Das ist ja alles getaktet. Einer greift in den anderen ein. Und wenn dann einer zwischendurch plötzlich ein halbes Jahr Pause macht, muss ja alles europaweit neu ausgeschrieben werden. Halbes Jahr Ausschreibungszeit, bis es dann soweit ist. Dann kommen die sogenannten Behinderungsanzeigen der nachfolgenden Gewerke, die sagen, ich sollte hier am 1. August meinetwegen anfangen. Stehe mit 90 Mann bereit, aber ihr lasst mich nicht arbeiten, weil der andere noch nicht fertig ist. Und dann wird kassiert. Aber nicht zu knapp. Und das ist hier verhindert worden. Deswegen liegen wir weitgehend im Zeit- und auch im Kostenplan. Allerdings gibt es jetzt einige kleine Schwierigkeiten. Und die hängen mit der Baukonjunktur zusammen. Wir wollten eigentlich Ende Oktober die Kuppel fertig mit Kupfer gedeckt haben. Aber die Firma, die das ausführt, kam mit 1,5 Mann im September und sagte, mehr haben wir heute nicht. Und nun fangen sie... Das müssen wir mal wiederholen. Die kamen mit 1,5 Mann. Mehr Leute haben wir nicht. Die sind auf einer anderen Baustelle und haben dann gesagt, fangen wir im März an. Und dann hat die Bauleitung gesagt, dann machen wir eine Ersatzvornahme. Das heißt, wir verauftragen eine andere Firma. Und dann haben sie gesagt, machen Sie es doch ruhig. Sie finden doch keinen. Das ist die Baukonjunktur. Und ich erzähle das deswegen einfach vorsorglich. Wenn es zu irgendwelchen Verzögens ablaufen kann, kann man bestimmt nicht die Bauleitung dafür verantwortlich machen. Sondern das ist der Mangel an Arbeitskräften in den Baufirmen, die ja nach der Lehman-Krise systematisch abgebaut wurden und große Konzerne ja auch pleite gegangen sind, wie Holzmann und was Sie da wissen. Ich bleibe mal beim Kupferdach. Kommt das denn jetzt rechtzeitig drauf? Ja, natürlich. Wir werden im Sommer die Bauabnahme haben. Das heißt, dann kriegt das Haus seine Betriebsgenehmigung. Aber woher haben Sie denn die Leute plötzlich? Für März sind die fest zugesagt. Doch, doch. Und da gibt es dann ja auch Konventionalstrafen irgendwo. Und Sie sind sicher im März 2019? Wir sind in allen Sachen bisher sicher gewesen, dass wir es einhalten. Selbst bei unserer Spendensammlung haben wir bisher unsere Sollziele immer erreicht. Da komme ich jetzt drauf. Das war nämlich die Schreckensnachricht. Jedenfalls für viele, für mich auch. Sie sagen, uns fehlt plötzlich 18 Millionen. Sie haben sich ja verpflichtet, 50 Millionen, glaube ich, für die Fassade selber zu sammeln. Und der Rest kommt vom Steuerzahler, 500 Millionen. Oder wie teuer ist das Schloss geworden? Ja, 620 und davon zahlen wir 105 Millionen. Ich sage das ganz bewusst, weil Berlin nur 32 Millionen insgesamt bezahlt, den Rest zahlt der Bund. Also wir zahlen dreimal so viel als Spender wie Berlin. Der Spender ist der Förderverein, dessen gesetzt wird. Der Förderverein, der diese Gelder gesammelt hat. Und diese 18 Millionen, die finde ich sehr beflügelnd. Denn die 18 Millionen hießen ja eigentlich, von 105 Millionen, die wir sammeln wollen, haben wir schon 87. Und die Medien haben die 87, weil das ja keine Nachricht ist, unterschlagen, was für mich wieder gut war. Die Nachricht kam im November und der Dezember war ein Rekord-Spendenmonat bei uns. Mit Eingängen, wie ich es mir nicht träumen ließ. Weil alle, die dieses Schloss unterstützen wollten, sich nochmal richtig bemüßigt fühlten, was zu tun. Und jetzt fehlen noch heute etwas über 13 Millionen. Gucken Sie mal in den Portemonnaie, ob noch was drin ist. Ja, hast man im Markt. Ich bin ein Hamburger, pass mal auf. Haben Sie ein Portemonnaie? Also 13 Millionen fehlen jetzt noch. Ja, und das ist eine Summe, die wir schon mehrfach innerhalb eines Jahres geschafft haben. Das heißt, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir unser Ziel, diese 105 Millionen abzuliefern, mit der Einweihung im Dezember schaffen. Und wenn dann drei fehlen, sammeln wir noch ein Vierteljahr weiter. Und dann fangen wir erst richtig wieder an zu sammeln. Denn wir haben in dieser 105 Millionen natürlich alles einkalkuliert, was den Bau betrifft. Man kann Dinge, die statisch im Gebäude festsitzen, nicht nachträglich applizieren. Dazu sind die Teile zu schwer. Aber es fehlen noch gut 20 Skulpturen, die oben auf der Badustrade standen. Und die wir wie beim Potsdamer Schloss nach und nach oben auf die Badustrade setzen können. Darf ich mal nachfragen? Ja. Haben Sie die übersehen gehabt? Nein. Oder wieso fehlen die noch? Nein. Wir haben natürlich auch Angst vor der großen Zahl gehabt. Das sind nochmal rund 10 Millionen mehr. Und wenn ich zu einem Zeitpunkt, wir haben ja mit 80 angefangen, dann kriegten wir plötzlich eine Kuppel und noch Innenportal. Dann haben wir auf 105 erhöht. Und wenn ich dann noch gesagt hätte, 10 Millionen noch für die Figuren, hätten die gesagt, der ist Gaga, der Junge, der spinnt ja. Und Berlin will sich daschen jetzt auch nicht. Ja, also der ist völlig verrückt. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir finanzieren mit den 105 Millionen alles, was nötig ist und das Schloss wieder Schloss aussehen lässt, was in die Wände reinkommt. Aber Figuren, die oben auf der Balustrade auf Sockeln standen, die ich mit dem Autokran jederzeit draufstellen kann, mit Schrauben festschrauben kann und dann stehen die da, kann man ja auch nachträglich liefern. Also kann man sie auch nachträglich finanzieren. Von Million zu Million eine Statue. Immer so ein bisschen wie ein Affe, der durch die Bäume sich hangelt von Ast zu Ast und so weiter. Ja, es muss ja immer verkäufliche Zahlen sein. Wenn wir zu große Zahlen nennen, dann würden doch die Leute sagen, schafft der nie. Haben sie ja auch so gesagt. Erinnern Sie daran, 1993, als wir die Attrappe stellten, hieß es, Wiederaufbau des Schlosses, selten so gelacht. Ich war damals der Schlossgespenst und Chef der Schlossfälscherbande. Schafft der nie. Als es dann beschlossen war, hieß es, 105 Millionen, der ist doch völlig verrückt, schafft der nie. Na ja, und jetzt fehlen noch an 105 Millionen, 13 Millionen, das heißt 92 Millionen haben wir. Ich glaube, in der ersten Sendung vor 15 Jahren ungefähr, die wir gemacht haben zum Schloss, habe ich sie auch so genannt. Ja, muss man abkönnen. Aber heute würde ich das nicht mehr machen, weil es steht. Ich finde immer wichtig, dass man über sich selbst lachen kann. Denn wenn Sie nicht fröhlich sind und verbiestert sind, hilft Ihnen doch keiner. Kann es denn so wieder gehen, dass jetzt irgendjemand sieht uns und Sie haben jetzt, was kostet so eine Statue, eine Million? Na, 270.000. 270.000. Die haben Sie jetzt gerade über. Kommt da denn ein kleiner Name dran, gestiftet von? Nein, bei 270.000 kommen aber die Leute auf eine Ehrentafel im Portal 2. Da werden Sie genannt. Und Sie sind alle in einer Ehrung im Portal 4. Da sind zwei große LED-Screens. Und da müssen Sie sich vorstellen, da sind tausende von Spendernamen, die so einen Vogelschwarm durch den Himmel meandrieren. Und dann wird einmal alle Minute ein Name durch den Zufallsgenerator rausgeholt, großgestellt. Und dann in Verbindung mit dem Stein, den er gespendet hat, wird ihm gedankt. Und das ist natürlich für viele enttäuschend bei vielleicht 30.000, 40.000 Namen, bis er mal durch den Zufallsgenerator rankommt. Und deswegen kommt im Portal 4 ein Display mit einer Tastatur. Da können Sie eingeben, Dr. Peter Brinkmann, Berlin. Und schwupp unterbricht das. Aber die ist 270.000, nicht für die Statue. Ab 50 Euro. Ab 50 Euro. Alle Spender. Darüber reden wir nach einer kurzen Werbepause noch mal weiter. 50 Euro können Sie sich auch dann im Schloss verewigen. Und wo Sie das Geld hinschicken, mit 50 Euro fangen wir an. Darüber reden wir gleich. Und was denn doch alles so passiert in diesem Jahr sowieso mit Wilhelm von Berdien. Er ist der Geschäftsführer des Fördervereins des Schlosses. Und er hatte die Idee vor, im Oktober 1961, paar Wochen nach dem Auferbau, und sagte, dieser Platz, da muss wieder das Schloss hin. Da waren sich Schüler. 19 Jahre alt, ja. 19 Jahre alt. Mein Gott, was ist die Zeit vergangen. Und jetzt steht es, das Schloss. Jetzt atmen Sie noch mal. Und es kann keiner mehr umpusten. Ja, jetzt noch mal kurz durchatmen und dann reden wir gleich weiter. Denn bis zur Öffnung des Schlosses sind es jetzt nur noch Monate, nicht mehr Jahre. Bis gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017